Im Schutz der Nacht schleicht sich eine junge Frau noch einmal in ihre Wohnung in Hoyerswerda. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Es ist schlimm, wenn ich mir bedenke, hier nie wieder herzukommen, hier nicht mehr zu wohnen, meine Familie zu verlassen. Eigentlich habe ich es noch nicht verinnerlicht. Ein paar Sachen packen, dann muss Monique wieder verschwinden. Weg aus Hoyerswerda, das 33 Jahre lang ihre Heimat war. Sie lebt jetzt versteckt an einem geheimen Ort. Neonazis konnten sie und ihren Freund aus der Stadt vertreiben. Das Paar störte wohl, weil es immer wieder rechtsextreme Aufkleber entfernte. Moniques Freund Ronny liegt im Krankenhaus. Ihn hat das Ganze so mitgenommen, dass sein Körper streikt. Ronny fühlt sich vor allem von der Polizei im Stich gelassen. Dass es dann so weit kommt, dass man aus der Stadt geschafft wird, konnte ich mir so nie vorstellen. Nee, hätte ich nie gedacht. Ich dachte, man wird geschützt. Am 17. Oktober saß das Paar zu Hause vor dem Fernseher. Dann klingelte es Sturm. Das Klingeln hat ja dann auch nicht aufgehört. Und irgendwann haben wir dann Schritte und Geschrei im Hausflug gehört. Und dann hatten wir gewusst, es hat jemand die Tür aufgemacht. Und dann kamen die hoch und haben weiter geklopft, geklingelt, gebrüllt, komm raus. Um 21.15 Uhr geht hier in der Leitstelle der Polizei in Görlitz der Notruf von Monique ein. 15 Neonazis belagern Haus und Wohnung. Ein Streifenwagen wird losgeschickt. Schließlich sind zwei Polizisten vor Ort. Und dann wurde es wieder massiver. Im Hausflur waren die Nazis wieder vor der Tür und haben weitergemacht. Wieder geklingelt, wieder geklopft. Und ich dachte, die Polizei ist doch da, warum sind hier Leute im Haus und wollen weiter rein? Und die Angst, Panik, wurde wieder mehr. Die Neonazis drohen ungehemmt weiter im Beisein der Polizei. Zu mir konkret haben sie gesagt, ey Blondie, deine Muschi. Es ist so schlimm, das nochmal zu sagen. Musst du nicht. Der hat gesagt, deine Muschi gehört mir heute Nacht. Wenn ich heute dann morgen, ich bin dafür bekannt, ich bin extra für dich mitgekommen. Ja, der war extra für mich da. Nach und nach treffen fünf weitere Beamte ein. Auch sie greifen nicht durch. Erst nach zwei Stunden marschieren die Angreifer ab. Unbehelligt. Sie triumphieren, grölen laut, ANH. ANH, die Abkürzung für autonome Nationalisten Hoyerswerda. Hier Bilder vom 21. September. Damals provozierte die Gruppe am Rand einer Demonstration, mit der an die ausländerfeindlichen Massenausschreitungen im Jahr 1991 erinnert wurde. In der Nacht nach dem Vorfall wacht ein Streifenwagen vor dem Haus. Am nächsten Tag heißt es, man könne Monique und Ronny nun nicht länger schützen. Die Polizei hat darauf gedrängt, dass wir hier weggebracht werden, dass hier Ruhe reinkommt. So waren die Worte. Und die ganze Aufruhe, die an dem Abend entstanden ist, halt geschlichtet wird sozusagen. Und die konnten mir den Schutz nicht gewährleisten. Meine Freundin konnte nicht geschützt werden. Mithilfe von Freunden findet das Paar ein Versteck weit weg von Hoyerswerda. Ein hilfsbereiter Polizist fährt sie mit seinem Privatwagen dahin. Tage später der Zusammenbruch. Ronny wird mit einem kollabierten Lungenflügel ins Krankenhaus eingeliefert. Monique harrt allein im geheimen Unterschlupf aus. Es ist schon wirklich krass, dass wir aus der Stadt gebracht wurden. Und man fühlt sich wirklich wie zurückversetzt. 91, wo ich Kind war und da nicht verstanden habe, warum die Täter nicht festgenommen wurden und aus der Stadt gebracht wurden. Sondern die Asylanten, die eigentlich in der Situation die Hilfe brauchten. Und so ist es auch bei uns. Wir wurden einfach weggeschickt, das Problem einfach weggeschoben. Eine Kapitulation. Der Staat lässt die Neonazis gewähren. Ihre Opfer schützt er nicht. Der Sprecher der Polizei verteidigt das Vorgehen. Es ist einfacher, zwei Personen von einem Ort zu einem anderen sicheren Ort zu verbringen, als 30 Personen beispielsweise zu bewachen. Oder permanent fünf Fünfstreifenwagen vor eine Haustür zu stellen. Es ist eine Frage, mit wie vielen Kräften kann die Polizei hier agieren. Welches ist die mildeste Maßnahme? Welches ist die geeignetste Maßnahme in diesem konkreten Moment? Und dem handelnden Paar ist dort empfohlen worden, nach Möglichkeit die Stadt zu verlassen. Inzwischen wird in Hoyerswerda gegen elf Beschuldigte ermittelt. Es wird schwer, ihnen etwas nachzuweisen. Die Polizei hatte ja am Tatort nicht einmal die Personalien aufgenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017